Das BUSH Roomtouch 4 Zoll haben wir uns ja schon angesehen. Jetzt habe ich hier was entdeckt. Das sieht aus wie ein Display, das in einen normalen Lichtschalterraum passt. Was das alles kann, erklärt uns jetzt hoffentlich Daniel. Hallo Nele, das mache ich natürlich gerne. Ja, BUSH Trevion, du hast es schon erkannt, man kann BUSH Trevion das Display in den Rahmen des Schalters integrieren und somit kannst du Designs von Carat, von Future Linear, von Balance SI oder auch von unserem neuen Schalterprogramm BUSH Art Linear integrieren und auch das Design aufnehmen. Das Tolle ist, du hast hier ein schwarzes Display, so dass du das auch mit einem schrägen Blickwinkel gut bedienen kannst und die Bedienung wird ja auch noch über ein haptisches Feedback zurückgegeben. Und weißt du, was das allerbeste ist? Das erzählen wir bestimmt gleich. Der Funktionsumfang ist der gleiche wie beim BUSH Roomtouch 4 Zoll und du kannst es natürlich auch in KNX und in BUSH Realt Home nutzen. Richtig cool, da habt ihr wieder an alle Kundenbedürfnisse gedacht. Das meine ich. Cool, vielen Dank Daniel. Wenn ihr euch das BUSH Trevion Display auch mal anschauen oder vielleicht sogar ausprobieren wollt, dann kommt nach Frankfurt zur Light & Building. Wir freuen uns auf euch.